In dieser Lektion widmen wir uns den gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels und werfen dabei einen spezifischen Blick auf urbane Räume. Mein Name ist Kerstin Krellemberg, ich bin Professorin für Urban Studies am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien und möchte Ihnen heute im Rahmen dieser Lektionen die Zusammenhänge zwischen Urbanisierungsprozessen und dem Klimawandel näherbringen.